so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es so eine schöne batterie und zwar ein fast schon urgestein komm herr du schatzi und zwar die heaven gold von explode die ist schon sehr lange auf dem markt es handelt sich hierbei um eine schöne brokat gold batterie mit blau meine ich deswegen auch so dass sie sein gemausert wurde die bei der pyro feuerwerks vitrien sommeraktionen für 25 oder so nem ist fast komplett ausgelastet mit 493 gramm unfassbar und ja leute ihr wisst was das heißt jetzt wird gezündet jetzt wird gezündet let's go hochstein my heaven gold von explode ach da es ist immer bei explode geführt da unten ich versuche da mal rein zu lünzen und und warte ich abkomme klar jetzt wird's goldig also für den bereich wie preis wie ich sie bekommen habe gewählt hohoho